Hallo alle miteinander, ich grüße euch zu meiner neuen Andacht zum zweiten Timotheusbrief. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten heute mit dem zweiten Kapitel unseres Briefes und wir schauen uns dort mal die ersten beiden Verse an. Paulus schreibt, So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Ein erster Gedanke, Stärke durch Gnade. Stärke durch Gnade. Paulus fordert hier Timotheus ja auf, stark zu sein. Sei nun stark, mein Sohn. Engagier dich. Bring dich ein. Setz dich ein. Gib alles. Für Gott und für das Evangelium. Aber, und das ist ganz wichtig an dieser Stelle, diese Stärke soll Timotheus nicht in sich selbst suchen. Ja, wenn er auf seine eigene Stärke bauen würde, dann wäre er vermutlich ziemlich schnell sehr erschöpft und auch ausgebrannt. Ja, Timotheus soll kämpfen. Er soll sich nicht einfach zurücklehnen. Er soll sich schon engagieren. Er soll schon arbeiten. Er soll sich schon einbringen. Auf jeden Fall. Und wir sollten das auch. Das Evangelium und das Reich Gottes ist es wert, dass wir uns engagieren. Dass wir dafür alles geben. Aber vergessen wir nicht, dass dies nur durch die Gnade Jesu Christi geschehen kann. Stärke durch Gnade ist echte Stärke. Denn Stärke durch Gnade ist nicht begrenzt auf meine eigene Leistungsfähigkeit oder auf meine eigene Ausdauer. Stärke durch Gnade ist unbegrenzt, weil, ja, weil die Gnade Jesu Christi ja unbegrenzt ist. Was heißt das ganz praktisch? Es bedeutet, dass wir uns immer wieder auf die Gnade Jesu Christi ausrichten müssen. Wir müssen uns darauf zurückbesinnen. Durch die Gnade Jesu sind wir ja nicht nur erlöst. Das ist ja nicht nur ein einmaliger Akt irgendwo dahinten unserer Vergangenheit, der dann keine Bedeutung mehr für die Zukunft hat. Nein, durch die Gnade Jesu leben wir jeden Tag. Jeden einzelnen Tag. Es ist Gnade, dass wir die Stärke hatten. Zum Beispiel für die Aufgaben, die wir gerade eben noch erledigt haben. Was auch immer das gerade bei dir war. Es ist Gnade, dass du die Stärke dazu hattest. Es ist Gnade, auch wenn wir gleich noch die Kraft für die nächsten Dinge haben. Hast du vielleicht noch irgendwas auf der To-Do-Liste. Es ist Gnade, wenn du das gleich tun kannst. Machen wir uns das klar. Wir sind abhängig von Gottes Gnade. Wir leben von seiner Gnade. Und als seine Kinder dürfen wir ihn auch darum bitten, dass seine Gnade uns Stärke geben möge. Bitten wir ihn doch darum, dass er uns durch Gnade Stärke geben möge. Ein zweiter Gedanke, Ausbreitung durch Multiplikation. Ja, das Gute muss weitergegeben werden, so könnte man auch sagen. Ich fange auch mal an mit einer kleinen Geschichte. Ich glaube, dass die meisten von euch die wahrscheinlich schon mal gehört haben. Es ist diese Geschichte von dem Schachbrett und den Reiskörnern. Nach dieser Legende durfte der Erfinder des Schachspiels sich eine Belohnung vom König für diese geniale Idee wünschen. Und scheinbar bescheiden äußerte er, dass der König doch auf das erste Schachfeld ein Reiskorn legen solle, auf das zweite Schachfeld, dann zwei Körner, auf das dritte Feld vier Körner, auf das vierte Feld, dann acht Körner, immer so weiter, bis dann alle 64 Felder dieses Schachbretts berücksichtigt werden. Der König, er fühlte sich gekränkt, weil er gar nicht ahnte, welchen Ausmaß dieser Wunsch ja annehmen würde, wie groß dieser Wunsch eigentlich war. Denn tatsächlich, das ist der Clou an dieser Geschichte, tatsächlich müssten auf das letzte Feld, auf das 64. Feld des Schachbretts, müsste man über neun Trillionen, das ist eine Zahl mit 18 Nullen, über neun Trillionen Reiskörner legen. Eine unvorstellbar große Zahl. Und insgesamt würde man für alle Schachfelder sogar über 18 Trillionen Reiskörner brauchen. Das ist, das haben dann Mathematiker ausgerechnet, das ist ungefähr die Menge Reis, die auf der ganzen Welt geerntet wird, aber nicht in einem Jahr, sondern in über 800 Jahren. Unvorstellbar, oder? Was Paulus in Vers 2 schreibt, das hat ein wenig mit dieser Geschichte zu tun. Er schreibt dort, Okay, wir versuchen mal kurz, diesen Vers nachzuvollziehen. Da ist Paulus. Der gibt die Botschaft weiter an, na klar, Timotheus. Und Timotheus, der soll die Botschaft wiederum weitergeben, auch wieder an andere Menschen, aber an solche Menschen, die wiederum in der Lage sind, sie auch weiterzugeben, wiederum an andere Menschen. Also ganz kurz zusammengefasst, Paulus, Timotheus, Timotheus' Schüler und an die Schüler von Timotheus' Schülern. Vier Personengruppen, vier Generationen, so könnten wir auch sagen. Das Evangelium soll weitergehen. Mission soll sich multiplizieren. Deswegen war Paulus wichtig, dass Timotheus sich vor allen Dingen in Menschen investierte, die wiederum geeignet waren, anderen das weiterzugeben, andere zu lehren. Nur so konnte man in kürzester Zeit genügend Leiter für die jungen Gemeinden ausbilden. Und natürlich ist das auch heute noch ein wichtiges Prinzip, wenn es darum geht, Leiter zu schulen. Multiplikation ist das Stichwort. Aber auch dann, wenn es gar nicht zu deinen Aufgaben gehört, Leiter auszurüsten, nicht jeder ist ja dazu berufen, nicht jeder ist dazu begabt, dann hat dieser Vers dir dennoch was zu sagen. Ganz sicher. Das ist eigentlich auch ziemlich simpel. Wie ist das eigentlich mit den guten Dingen, die wir, die du, empfängst, von anderen, was sie dir weitergegeben haben? Was machst du damit? Gibst du das auch weiter? Oder ist bei dir gewissermaßen Enthaltestelle, sodass die Kette, in der die guten Inhalte so von Mensch zu Mensch weitergegeben werden, dass sie so bei dir ihren Abschluss findet? Das wäre doch wirklich schade. Mach es dir doch zur Gewohnheit, das Gute, das Erbauliche, das Hilfreiche, das du von anderen empfangen hast, wiederum an zwei oder drei andere weiterzugeben. Du hast ein Vers zum Beispiel in der Bibel gelesen, der dich besonders angesprochen hat? Erzähl doch jemanden mal davon. Behalt es nicht für dich. Du hast eine Predigt gehört, die dir ganz neue Erkenntnisse geschenkt hat? Empfiehl sie anderen. Gib sie anderen. Oder du hast vielleicht ein gutes Buch gelesen, was dich so richtig ermutigt hat? Leih es doch mal jemandem aus. Sprich mit jemandem darüber. Sorg dafür, dass das, was gut war für dich, dass es auch andere erreicht. Denke daran, dass diese Kette der guten, der erbaulichen und hilfreichen Inhalte bei dir nicht einfach abbricht. Das wäre schade. Nein, teile es. Gib es weiter an andere. Übrigens, ich glaube, in Zeiten von Social Media, WhatsApp und anderen Dingen, da ist das doch eigentlich so einfach geworden wie noch nie. Gute Dinge weitergeben. Sie teilen. Und, jetzt kommt noch etwas Zweites, was dieser Vers dir auch zu sagen hat. Geben wir doch die Nachricht, an andere weiter, das Weitergegebene selbst weiterzugeben. Haben wir verstanden? Geben wir doch auch die Nachricht, an andere weiter, das Weitergegebene selbst weiterzugeben. Versuchen wir hier, andere mit ins Boot zu nehmen, sie auch dafür zu gewinnen. Man kann ja sagen, wenn dies für dich hilfreich war, dann gib es doch weiter an zwei, drei andere, von denen du glaubst, dass es für sie auch hilfreich wäre. Was wir brauchen, und das ist eine Kultur des Weitergebens, eine Kultur der Multiplikation, dass es uns selbstverständlich wird, Gutes und Hilfreiches, Erbauliches an andere weiterzugeben. Denken wir noch mal an die Geschichte von den Reiskörnern und dem Schachbrett. Sie zeigt uns, was für ein gewaltiges Potenzial in der Multiplikation liegt. Geben wir das Gute und Erbauliche doch weiter, damit das Wort Gottes die ganze Welt erreicht.